Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich, Magdalena, werde dich heute durch das Basic-Video zum Thema Division mit ganzen Zahlen begleiten. Es erwarten dich zwei wichtige Merksätze für die Division mit ganzen Zahlen, welche wir mit Hilfe von Beispielaufgaben verknüpfen werden. Lege dir Zettel und Stifte bereit, los geht's! Wir beginnen mit folgender Aufgabe. Plus 40 dividiert durch minus 4 ist gleich. Möchtest du die Aufgabe alleine lösen? Dann klicke nun auf Pause und schaue dir das Video weiter an, wenn du dein Ergebnis vergleichen möchtest. Bevor wir zu Rechnen beginnen, betrachten wir die Vorzeichen. Wir haben bereits im Intro-Video erwähnt, dass der Quotient negativ ist. Wenn der Dividend negativ und der Divisor positiv ist oder der Dividend positiv und der Divisor negativ ist. Das bedeutet für unsere Beispielaufgabe, dass das Ergebnis negativ ist und wir notieren ein Minus nach dem ist gleich. Jetzt können wir wie gewohnt die Division ausrechnen und erhalten minus 10 als Ergebnis der Division. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass nur das Vorzeichen vertauschbar ist und nicht der Dividend mit dem Divisor vertauscht werden darf. Wenn wir uns das anhand unseres Beispiels anschauen, bedeutet das, es ist egal, ob ich minus 40 durch plus 4 oder plus 40 dividiert durch minus 4 rechne. Das Ergebnis ist in beiden Fällen minus 10. Würde ich Dividend und Divisor vertauschen, hätten beide Divisionen ein anderes Ergebnis, denn minus 40 dividiert durch plus 4 ist minus 10 und das ist nicht dasselbe wie plus 4 dividiert durch minus 40, denn das wäre minus 0,1. Zusammenfassend führt uns das zu unserem ersten Merksatz. Dividiert man zwei Zahlen mit verschiedenen Vorzeichen, so ist der Quotient negativ. Nimm dir Stift und Zettel zur Hand und schreibe den ersten Merksatz ab. Machen wir eine zweite Aufgabe zu unserem ersten Merksatz. Minus 100 dividiert durch plus 25 ist gleich. Drücke auf Pause, wenn du die Beispielaufgabe selber rechnen möchtest und kontrolliere das Ergebnis mit Hilfe des Videos. Anhand unseres ersten Merksatzes wissen wir, dass der Quotient negativ ist, wenn der Dividend negativ und der Divisor positiv ist oder der Dividend positiv und der Divisor negativ ist. Daher können wir nach dem Ist gleich ein Minus schreiben und dann die Division ausrechnen. Somit erhalten wir minus 4 als Ergebnis der Division. Schauen wir uns eine weitere Aufgabe an. Dafür rechnen wir. Minus 121 dividiert durch minus 11. Wenn du die Beispielaufgabe alleine lösen möchtest, drücke kurz auf Pause und sieh dir nachher das Video für die Überprüfung deines Ergebnisses an. Betrachten wir zuerst die Vorzeichen. Von den Regeln der Multiplikation mit ganzen Zahlen weißt du bereits, dass Minus mal Minus plus ergibt. Wie bereits im Intro-Video erwähnt, ist die Multiplikation die Umkehrung der Division und alle Vorzeichenregeln der Multiplikation gelten auch für die Division. Demnach wissen wir, dass Minus durch Minus plus ergibt. Und wir schreiben nach dem Ist gleich Zeichen ein Plus an. Jetzt müssen wir nur mehr die Division ausrechnen. 121 dividiert durch 11 ist 11. Daher ist unser Quotient plus 11. Machen wir zur Übung die Probe, um uns zu vergewissern, dass wir richtig gerechnet haben. Für die Probe müssen wir den Quotient der Division mit dem Divisor der Division multiplizieren. Das bedeutet, plus 11 mal minus 11. Auch bei der Multiplikation gilt, dass wir zuerst die Vorzeichen anschauen. Du weißt bereits, dass Minus mal Plus wieder Minus ergibt. Solltest du das nicht mehr wissen, schau dir dafür am besten den Videozyklus der Multiplikation mit ganzen Zahlen an. Für unsere Probe bedeutet das, dass unser Produkt negativ sein muss und notieren uns ein Minus nach dem Ist gleich. Danach rechnen wir 11 mal 11 und erhalten 121. Somit wissen wir, dass unser Produkt Minus 121 ist. Mit Hilfe der Probe haben wir uns vergewissert, dass Plus 11 das Ergebnis der Division ist. Die Beispielaufgabe führt uns nun zu unserem zweiten, wichtigen Merksatz. Dividiert man zwei Zahlen mit dem selben Vorzeichen ist der Quotient positiv. Das bedeutet, dass das Ergebnis von Plus 121 dividiert durch Plus 11 dasselbe ist wie von Minus 121 dividiert durch Minus 11, nämlich Plus 11. Nimm dir wieder Stift und Zettel zur Hand und notiere dir den zweiten Merksatz. Wir sind nun am Ende des Videos angelangt. Wenn du das Gefühl hast, alles verstanden zu haben, kannst du dir das Mastery Video anschauen. Dort erwarten dich weitere Aufgaben, welche du vermutlich noch nie gesehen hast. Wenn dir ein paar Dinge noch unklar sind, nimm dir Zeit, das Video erneut anzuschauen. Bis bald!